Halliallöche meine Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Under a New Sun. Also wir wachen auf um 8 Uhr und es regnet immer noch. Ist das ein schönes Wetter. Warum ist der Stein hier? Achso, weil da irgendwo die blaue Sonne untergeht oder aufgeht. Auf geht. Deswegen sieht der Stein so lustig aus. Aha. Gut, also wir haben ein bisschen Lehm haben wir für unsere Hütte. Aber das ist nicht viel. Und die Steine, die wir noch haben, sind auch nicht viel. Und hier haben wir ein paar Werkzeuge. Und wo war mein Feuerding? Wo habe ich denn den Feuerdinger her? Hier. Löhanzündholz meine ich natürlich. Ein Stock fürs Feuer, das wir gerade noch machen können. Die Fackel gehört da unten rein, das Zeug kommt da rein. Da ist nichts Neues drauf, oder? Ne, ist offen. Und die ist auch offen und die sind auch leer, ne? Ja, da habe ich ja meinen ganzen Stuff reingeschmissen. Ja, sehr gut. So, hier haben wir nichts. Hier haben wir einiges. Und jetzt wird es langsam eng in dieser Kiste, ja? Gut. So, hier haben wir ein bisschen Fleisch. Das ist halt voll falsch in der Kiste. In die Kiste gehört doch kein Speer rein, Mann. So, gar nicht. Da gehören keine Werkzeuge rein. So, da hat er die Achse in der Hand. So, erstmal aufräumen und dann pilgern wir nochmal los. Eisenherz nehmen wir auch mit. Eisenherz, sehr wichtig. Sehr wichtig. So, hier haben wir Kohle, haben wir Platz, nein, haben wir nicht. Gut. Eisenklumpen, Eisennagel, Eisenstange, Eisenherz. Hier haben wir Kohle. Hier haben wir noch ein bisschen Stöcke. Gut, zum hier schon mal nachfüllen. Da ist sogar schon voll, das heißt wir haben Platz für die Kohle. Der Baum wächst auch schon wieder in unserer Hütte. Nicht so gut. Obwohl ich den Stamm eigentlich weggemacht habe. Theoretisch. Bin mir ziemlich sicher, dass ich den weggemacht habe. Naja. So, hier regnet es wenigstens nicht rein. Deswegen können wir hier schön warm machen. Da ist noch ein Kühlchen drin. Gut, dann was da wieder austauschen. Hey, warum? Was zur... Achso, ich habe STRG gedrückt. Ich weiß nicht. Ich sollte nicht STRG drücken, wenn ich was rüberziehen will. So funktioniert das nicht, Kollege. So, langer Stock. Raus mit dir. Na, wo ist er denn? Ja, auf der 3. Hey, warum habe ich die auf der 3? Hey, hallo? Dann kommt das hier noch da rein. Dann haben wir da wieder ein bisschen Trauer. Sehr gut. Weg mit dir. Ich muss echt mal schauen, ob ich irgendwie... Aber ich komme da halt nicht drunter, ne? Da ist es. Aber ich komme da. Ich komme da nicht drunter. Unter. Unser Scheißchen. Unser Scheißchen. Ich komme da... Nein, ich komme da nicht drunter. Ich kann mich nicht crouchen. Es gibt kein Crouch. Und hier komme ich auch nicht drunter. Nein. Dazu müsste ich tatsächlich erst was abreißen. Wegen dem dämlichen Baumstamm. Nee. Keine Lust. Ach, Leder. Leder. Die zarteste Versuchung. Seit es Schweinehäute gibt. Fleisch. Fleisch. Und dann haben wir nochmal drei Fleisch. Und weißt du was? Da ist gleich aufhören und wird mit regnen. Und wir bestimmt schon wieder Hunger haben. Und Durst. Oh ja. Und jetzt aber hier wieder genug zu trinken. Glück. Das ist... Das Ding ist für den Rotfall. Das Ding lasse ich da stehen. Es ist quasi für den Rotfall. Ich muss die dann wahrscheinlich, wenn wir das Häuschen gebaut haben. Da mache ich eine Veranda und so. Dann reißen wir das eh alles ab und bauen das dann. Das ist ja hier am Strand. Das ist ja alles nur Provisorium. Geht ja so nicht. So. Der Lehm. Ja, okay. Da haben wir jetzt doch wieder ein paar. Tatsächlich. Dann Leder. Und gehört hier rein. Dann haben wir hier nochmal eine Eisenachst. Und dieses andere Zeug. Das ist kein Mensch beraumt. Eigentlich sollte ich das mal... Jawohl. So eine Steinachst wegschmeißen ist auch dumm. Ja. Egal. So. Einen Baumstamm brauchen wir für eine dämliche Schaufel. Nein, wir brauchen keine Schaufel. Weg damit. Die Seile waren hier auch. Waren hier auch Seile? Hier waren auch Seile. Ich sollte irgendwie... Hier sind Bretter und lange Stöcke und Stöcke und hier und... Ah, ist alles so bunt gemischt hier. Die Sachen brauchen wir. Fackel, Dingens da. Okay, ich muss hier unter... Ich muss irgendwie mir merken, dass die untere Reihe einfach Inventarreihe ist. Wir haben kein Feuerdingens dabei. Habe ich deswegen Feuerstab mitgenommen. Feuerzeugding. Damit wir eventuell ein Feuer machen können, wenn wir irgendwo... Am... Am abhängen sind. Das könnte sogar sein. Bin mir aber nicht sicher. Okay, da ist voll. Dann brate ich mir einen Storch, beziehungsweise... Ein Schwein. Müsste Schwein... Müsste das Schwein sein. Theoretisch. Oder die Schlange. Ne, die Schlange ist das hier. Die Schlangen. Da haben wir noch einen Stock. Hier können wir hier noch rein. Glaube ich. Nein, ist voll. Dann will ich nichts gesagt haben. Salzwasserflasche zum Löschen ist da. Sehr gut. So. Das Ding brutzelt. Dann... Hätt... Haben wir hier noch eine Schaufel. Siehste? Siehste. So. Du hast Hunger. Ja, ich weiß. Geht gleich essen. Dann haben wir noch drei Spitzhacken. Was macht die? Die ist noch gut genug. So, da ist alles... Die Eisenachs ist nicht mehr so toll, aber wir haben ja noch mal eine dann. Durst haben wir gelöscht, aber ich könnte gerade noch mal was trinken. Dann haben wir bestimmt gleich unser Fleisch. Da haben wir eins. Da haben wir das zweite. Und da das dritte. So, und da haben wir noch eine Salzwasserflasche. Und die nehmen wir ins Händchen. Und machen die Soße aus. Und füllen sie gleich wieder auf. Ah, das nervt. Also, das müssen sie echt ändern. Dass man... Dass man in die Kiste hier... Dass man hier von der Hand in die Kiste reinpacken kann. Oder hier von der Kiste direkt in die Hand. Und dann ist halt das... Ist dann halt in der Kiste. Mein Gott. Dann wird man sich ab und zu mal fragen. Wo hab ich's hingetan? Aber... Das ist irgendwie doof. Ja, ich hab Hunger hier. 5, 4, 3, Fleisch rein. Hier. Zack. Da, und? Wo ist jetzt der Hunger? Hä? Drei Stück reingepfiffelt. Da spannt der Ranzen jetzt. So. Schaufel kommt da runter. Das Leder kommt noch weg. Und wir gehen wieder rüber. Äh, da ist kein Latt für Leder. Äh, Rohhaut. Rohhaut. Die ist noch nicht fertig. Hopp. War da leer? Da ist noch ein Eisenglumpen drin. Das ist geil. Das jetzt hier... Sind jetzt hier eventuell auch Eisenglumpen? Ach man, diese Textur, die nervt. Weil, wenn wir jetzt hier diese Einschläge von diesen Dingern haben. Dann könnten wir ja theoretisch öfters mal hier irgendwo einen Eisenklumpen rumliegen haben. Den wir ja wunderbar für irgendwas gebrauchen können. Das ist ja... Faszin... Faszin... Na 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 na. So, das hier ist übrigens ein Stammbaum. Für die, die sich gefragt haben. Okay, ich seh jetzt hier kein... Kein Eisenklumpen rumfahren. Ist mir jetzt grad auch... Relativ. Dann ist es also... Och, hier liegt noch ein Stock. Okay. So, der Eisenklumpen kommt da rein. Der Stock kommt da rein. Und wir... Gehen auf Tour. Der Tag ist zwar jetzt schon wieder angebrochen, aber... So weit ist es ja nicht darüber. So, und einmal raus das Ding. Und steuern und einmal nach rechts. Ich meine, ich will schon noch wissen, was da unten in der Kiste drin ist. Die hat mich jetzt schon angemacht. So, ist es die hier? Nein, das ist die hier, oder? Die hier. Die müsste es sein, ja. Und so, was macht der Wind? Der ist wieder ganz warm. Ich lasse das Segel einfach mal gerade. Und dann müssen wir durch, um nach hinten zu kommen. Das ist die Insel mit den Schweinen, ja. So, dann holen wir uns den Rest Lehm. Da haben wir ja jetzt die Schaufel dafür. Und dann gehe ich nochmal tauchen tatsächlich. Dann gehe ich mir da unten nochmal diese Kiste angucken, die große. Da könnte ja wirklich was drin sein. Ist halt ein bisschen umständlich, wegen den Riegeln. Man muss zuerst die Riegel aufschlagen. Und dann noch aufbrechen. Aber, wie gesagt, wir brauchen noch so eine Batterie-Einheit oder irgendwas Batterietechnisches war da noch irgendwie. Und das Ding finden wir halt dann doch nicht einfach so auf dem Baum. Daher, ja. Und hier, ich kann es mir lebhaft vorstellen, dass hier auch noch immer mal irgendwelche Dinger sind. Irgendwelche tollen Unterwassersachen. Sachen. Also so, so Kisten, so Absturz-Absturz-Teile, Drack-Teile, wie auch immer. Aber, ja. Wo soll ich anfangen, weißt du? Soll ich jetzt einfach hier runterspringen, gucken? Oh, da ist nix. Und dann da runterspringen. Und dann ist da auch nix. Und deswegen würde ich schon da vielleicht... Ja, ich kann ja vielleicht ein bisschen mehr um die Inseln. Also ein bisschen mehr um die Inseln immer mal kurz ins Wasser reinhüpper. Da war die Insel, wo ich gedacht habe, dass es die Insel ist. Von der ich gedacht habe, dass es die Insel ist. Von der ich dachte, dass es die Insel ist, die wir als Insel haben. Also nicht als Insel, sondern als das die Vorratsinsel ist. Aber das war nicht die Insel, die ich dachte, dass es die Insel ist, die ich eigentlich dachte, dass es die ist. Ja, ja. Und das war die Insel, die jetzt nicht mehr da ist. Weil ich nicht da hingucken kann. Weil mein Kopf ist einge... Ich habe es im Nacken. Vom vielen Reden habe ich im Nacken. Und unser Schiff läuft immer noch voll mit Wasser. Und meine Hand ist immer noch stark am Vibrieren. Es kommt vom vielen Hacken mit der Axt, glaube ich. Ja, der Rückschlag. Wenn das Holz so federt von der Axt beim Hacken. Dann merken wir das. Ähm. Okay. Das Boot war gerade sehr voll mit Wasser. Dann merken wir das ziemlich lange in der Hand. Deswegen vibriert die so ein bisschen. Jetzt hat gerade wieder dieses Ding umgeschalten. Die Ansicht. Das heißt, wir haben irgendwie das Biom verlassen. Oder sind wir ins Biom rein. Oder wie auch immer. Also Spiel, ich hoffe für dich, dass ich dich nicht deinstallieren muss. Dass das Boot uns nicht einmal untergeht, wenn es zu tief im Wasser ist. Und schon wieder wurde die Grafik geändert. Haben wir ein Biom verlassen und ein anderes betreten? Oder ist das... Ich glaube, das ist, weil wir quasi schwimmen. Weil wir immer mal so tief im Wasser sind, dass wir quasi schwimmen. Also, ich könnte mir vorstellen, dass das Boot irgendwann einen... Ja, so wie jetzt gerade. Einen Pegel erreicht. Wo es sagt, okay, ich bin jetzt abgesoffen. Und dann absäuft. Mit uns. Oder wir dann plötzlich oben schwimmen und das Boot sauft einfach ab. Ähm. Das ist nicht gut. Und beim besten Willen, das ist nicht gut. Das war doch bei der... Das war bei dem Floß nicht so. Also bitte. Das... Das würde komplett absaufen. Okay, dann ist das nicht Biom verlassen oder Biom betreten. Dieses Kamerading ist, weil wir so tief unter Wasser sind. Dass die Kamera irgendwie nach oben zentriert. Weil sie denkt, wir schwimmen. Boah, Leute, das ist so gruselig. Bitte fix das. Liebe Entwickler. Oha. Ich meine, ja, gut Seegang hin und her, aber... Ähm. Eigentlich sollte da kein Wasser reinlaufen. Außer es läuft hier über die Reling rüber. Und so tief sollten wir eigentlich nicht untertauchen. Dass das Wasser über die Reling läuft. Oder... Ja, halt über den Rand des Schiffs. Vor allem würde dann wahrscheinlich das einmal so reinschwappen. Aber nicht so... Uplup. Komplett unter Wasser sein. Das ist sehr angsteinflößend. Wir sind doch kein U-Boot, Mann. Oha. Gefällt mir ganz und gar nicht. Oder ist das... Oder hat das Boot eine Haltbarkeit und ist jetzt langsam kaputt vom flühen Segel? Oder was ist das? Das ist doch nicht normal. Dass das so abtaucht. Kannst mir doch nicht sagen. So. Und... Bisschen noch. Bisschen noch. Bisschen noch. Bisschen noch. Bisschen noch. Und... Plumps. Ich schaue mal, ob wir einen Wildschwein haben. Wach. Bitte. Okay. Kein Wildschwein. Und kein... Dingens hier. Aber ich bin mir sicher. Ich bin mir sehr sicher. Also erstmal... Wenn wir gerade schon mal hier sind. Wo war das denn? Wo war das denn? Wo das gewesen ist? Denn nachher ist es vielleicht dunkel. Dann sehen wir es nicht mehr. War das nicht? Das war nicht hier, oder? Da schwimmt noch irgendwo ein toter Fisch. Boah, ist das schwierig. Kurz atmen. Ich mache es mit der Machete. Alter. Man... Man treibt halt immer weg. Ich treffe den dämlichen Riegel nicht. Wo ist der andere? Ich sterbe gleich. Geh auf jetzt. Ich muss hoch. Oh, oh, oh. Ich muss hoch. Oh, Junge. Was ist da drin? Gibt es her? Alles. Alles. Ich glaube, ich habe alles. Und da ist auch noch was. Oh, warum wird es hier so rot? Ach, wegen Sonnenuntergang. Oh, Mann. Bin ich gerade erschrocken. Ich dachte, ich blute irgendwie oder so. Na gut, da fährt ich jetzt Bandage. Okay. Aha. Die Drohne hat es also mitgespeichert. Das gefällt mir sehr gut. Was haben wir jetzt? Kühlelement. Batterie. Ach was, habe ich es nicht gesagt? Sehr gut. Und Reis und Gemüse. Wie sieht es aus? Ja, komm, weißt du was? Gönn dir. Mr. Gemüse-Reis. Ist das immer so weit weg? Oder wenn wir den Speer haben? Ah, okay. Wenn wir den Speer haben, dann hat er den Urzell. Sehr weit weg. Interessant. Wusste ich auch nicht. Okay. Wir schauen mal. Ich dachte gerade, ich habe irgendwas angezündet. Im Himmels Willen. Das sollte ich auch bei Dunkelheit hinbekommen. So, das waren die restlichen. Okay, also. Das heißt, hier hat es nichts mehr, weil es ist nichts Neues dazugekommen. Aber wo? Wo zum Henker finde ich das Eisen? Es ist tatsächlich so. Entweder haben die das Eisen hier weggemacht. Oder das Eisen ist irgendwo anders. Aber unter Wasser glaube ich nicht, dass unter Wasser Eisen ist. Was ist das? Außer mein Husten. Entschuldigung. Ein Stein war es. So, wir können hier schlafen. Gut. Da würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es wieder da ist, ich speichere kurz. Time to play hier bei Under a New Sun. Und bis dahin, macht es mal gut. Tschüss. Also, wir sehen uns jetzt. Vielen Dank.